Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute auch wieder mit einer ganz wichtigen Thematik und zwar, das ist auch wieder eine Reaktion, wie eigentlich fast die meisten Videoclips, die ich mache, ist eine Reaktion auf Fragen, die ich bekomme im YouTube, in Facebook, in meiner Fanseite, über Google Plus. Da kommen immer wieder Fragen rein, die ich natürlich auch gerne mal behandle, weil natürlich diese Frage interessiert nicht noch einen, sondern die interessiert in der Regel viele Menschen. Und zwar folgendes Fallbeispiel, ein sehr übergewichtiger Mensch ruft mich panisch an, Ah, Hilfe, ich habe jetzt in 10 Monaten oder 11 oder 12 Monaten, glaube ich, in recht nahm Zeit, habe ich 70 Kilo Körpergewicht abgenommen für 150 gewogen, bin jetzt bei Normalgewicht und jetzt habe ich umgestellt wieder im Essen und nehme so schnell zu, ich habe in 10 Tagen 3 Kilo zugenommen. Panisch natürlich, der gute Mann hat eine Panik, klar, weil er hat natürlich einen Riesenerfolg und möchte natürlich jetzt nicht mehr zunehmen, zumindest nicht mehr so viel, wie er gewogen hat, weil es war für ihn ja kein schöner Zustand. So, und jetzt gehen natürlich ihm tausende von Gedanken im Kopf rum, Gottes Willen, 3 Kilo in 14 Tagen. Das kann ja nicht sein, das muss ja fett sein, das geht ja anders. Gut, man muss dazu sagen, die meisten haben natürlich, wenn sie in dem Zeitfaktor so große Mengen abgenommen haben, mit Sicherheit nicht die Beratung bei Mr. T. gebucht und haben dann natürlich hier selbstständig was veranstaltet, was nicht unbedingt gesund gewesen ist. Das heißt, hier wurde natürlich sehr stark unterkalorisch gegessen, sehr stark unterkalorisch, zu stark unterkalorisch, so dass es natürlich nicht unbedingt prickernd war. Die Leute sind auch in diesem, war auch selbst aus eigener Aussage, vielleicht in der Zeit nicht mehr belastbar, nachher auch sehr schwach und natürlich auch mental und auch nervlich nicht mehr belastbar. So, und jetzt kommen die an, haben ja endlich ihr Zielgewicht erreicht, schreien Hurra, fangen an wieder zu essen, essen natürlich auch dann eben wieder etwas mehr Kalorien und in diesem speziellen Fall natürlich auch mehr Kohlenhydrate. Dann hat er gehört, oh Kohlenhydrate könnten Fett geben, Insulin und so weiter und hat natürlich hier den panischen Anruf von mir getätigt. Folgendes, was passiert, ganz einfach. Erstens mal sind die Glykogenspeicher, das sind die Zuckerspeicher im Muskel und auch in der Leber, die waren komplett leer. Und somit hat natürlich der Muskel, ist etwas kleiner geworden. So, und jetzt innerhalb der ersten 14 Tage, wenn wir mal drei Kilo drauf gehen, dann liegt das in der Regel daran, dass der Körper überhaupt mal wieder anfängt, Glykogenlager aufzubauen in der Muskulatur. Und wir wissen ja, dass Kohlenhydrate nachher in Form von Glykogen, das ist also kein reiner Zucker, sondern es ist eine Verbindung zwischen Zucker und zwischen Wasser. So, und das lagert sich in der Muskelzelle ein. So, und je nachdem wie groß dieser Körpertyp ist, nimmt er halt innerhalb von relativ kurzer Zeit, und je nachdem welche Menge Kohlenhydrate er zugeführt hat, nimmt er eine gewisse Menge an Gewicht zu. Das hat innerhalb der kurzen Zeit noch nichts mit Fett zu tun. Klar, würde er jetzt schamlos übertreiben und extrem große Mengen an Energielieferanten zuführen, die er nicht benötigt, dann werden die natürlich früher oder später auch mal wieder in die Fettzelle geschoben. Aber, das war hier nicht der Fall, sondern diese erste Gewichtszunahme war nichts anderes, sodass die Glykogenlager größer geworden sind und somit haben wir etwas zugenommen und natürlich auch etwas Wasser zugenommen, aber es war kein Fett. Jetzt ist wichtig, dass er natürlich entsprechend langsam wieder sein Ernährung umstellt, in Richtung mehr natürlichen Nährstoffen, mehr Gesamtkalorien, in einem gesunden Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, zwischen gesunden Kohlenhydraten, zwischen Proteinen und zwischen Fetten. Und das stufenweise nach oben fährt, parallel dazu auch wieder Krafttraining macht, was er aber nicht gemacht hat, leider nur Ausdauertraining gemacht, deswegen auch einen großen Muskelsubstanzverlust, dass er jetzt wieder Krafttraining dazu macht, das macht er jetzt auch, warum? Weil er mit Mr. T gesprochen hat, eine Beratung genossen hat und dann wird das Ganze auch wieder rund laufen. Das war's schon, also solltet ihr jetzt gehört haben, dass es da nichts mit Fett zu tun hat oder ihr habt euch selber ertappt, naja, habt selber schon solche Dinge gemacht und gedacht, um Gottes willen, was passiert da. Keine Panik, so schnell nimmt man keinen Fett zu, vor allem nicht, wenn man sich gesund ernährt. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Pörsenrenner aus Karlsruhe zum Thema keine Panik, wenn nach der Ernährungsumstellung erstmal in den ersten 2-3 Wochen 2-3 Hilo draufgehen. Bis dahin, macht's gut.